Liebe Klemmfurzer, wir hatten es neulich vom Klemmfurzen. Also die Fürze zurückzuhalten, das ist ganz, ganz ungesund. Das zerreißt euch nämlich innerlich das ganze Wurzelchakra, haut es durcheinander, den Solaplexus auch noch mit rein. Also da geht alles durcheinander in eurem Körper. Also ihr müsst die Fürze rauslassen. Ich habe auch gerade eine auf der Pfanne, ich mache es euch mal vor. Lieber Scholli, du, das befreit. Oh Gott, oh, oh, da war mal ein Land dabei. Ei, 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 da war mal ein Land dabei. Oh, oh, jetzt habe ich den Kalkstift in der Hose. Ei, 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 ei. Oh, ich habe ja, ah, ich habe mich jetzt eingestuhlt. Als vor mehreren Milliarden Jahren Außerirdische Leben auf diesem Planeten brachten, dachten sie hundertprozentig nicht an Schließmuskelprobleme. Ich wollte gerade ein Püpschen lassen. Da wurde mein Schlüpfer schwer. Es kam mehr als heiße Luft. Mein Verdauungstrakt war leer. Ich wollte lässig bupsen. Einfach unentspannt. Doch es war ein falscher Freund. Und in der Hose war Neuland. Da fragt man sich, warum Christoph Kolobo so weit rausgefahren ist, um da es lang zu entdecken. Bei mir ging das viel, viel einfacher. Obwohl das auch nicht gerade angenehm war. Ich wollte bupsen, doch es kam groß. Ich habe einen falschen Freund in meiner Hose. Ich dachte, ich hätte flatuliert. Habe voll eine Bude defekiert. Eine Schlüpferfüllung wollte ich nicht. Doch die Ventile war nicht dicht. Ein falscher Freund kam zum Vorschein und saute meine Buchse ein. Ekel schüttelt meinen Körper. Der Putz war echt fatal. Es waren mehr als 25 Gramm. Das ist eine Menge Material. Der Stuhl in meiner Hose ist zum Sitzen nicht gedacht. Mit einem Kackstift sollte man auch nicht malen. Ich habe mir einfach eingemacht. Dabei war Omas Eingemachtes früher immer so lecker. Doch dieses Einmachen ist eine ganz andere Liga, liebe Freunde. Ein unschönes Gefühl. Ich wollte bupsen, doch es kam groß. Ich habe einen falschen Freund in meiner Hose. Ich dachte, ich hätte flatuliert. Habe voll eine Bude defekiert. Eine Schlüpferfüllung wollte ich nicht. Doch die Ventile waren nicht dicht. Ein falscher Freund kam zum Vorschein und saute meine Buchse ein. So was hinverhältiges. Sauerei So eine Sauerei Fekalschlamm am Knie Kannst du mir gerade mal Ach du Scheiße, mir läuft es schon zu den Hosenbeinen umbraus. Kannst du mir gerade mal irgendwas besorgen hier? Glauben wir das so was?